Hier hat mal alles angefangen. Vor mehr als 30 Jahren die erste Nachrichtensendung aus unserem Haus. So sah das damals aus. Seitdem hat sich natürlich viel getan. Guten Abend und herzlich willkommen zu den Sat.1 Nachrichten. Willkommen bei Newstime. Doch wir wollen mehr und schaffen deshalb Platz für Großes. Unser nagelneuer Campus. Von hier senden wir bald. Unser Ziel, die besten News für die besten Zuschauer mit dem besten Team. Noch ist es eine Baustelle. Aber schon bald arbeiten wir kompetente und motivierte Journalistinnen und Journalisten. Die Welt ist voll von wichtigen Themen und spannenden Geschichten. Wir suchen Menschen, die sie erzählen wollen. Willst du dabei sein? Dann bewirb dich jetzt! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Alles gut! Vielen Dank.